Eine Säure verbattert im Jahr. Da gleicht kein Mensch aus dieser Welt, wie der eine Person. Der wird ein junger Jung. Sie wird so dicht befreundet mit diesem Jungen. Und ein Problem wie er ist, der König sein. Sie wird blind geboren. Aber sie hat danach ein sehr dichtes Verhältnis mit diesem Jungen. Die einzige Person wird so gleicht in dieser Welt. Sie werden so dicht abgekommen und fangen an, dass sie ihr Feiler zu geben. Und ein Tag sagt diesem Jungen zu dem jungen Jung, wenn ich bloß sein kann, dann würde ich mich mit dir befrieren. Das Junge sagt ab ihrms, meinst du das so? Und sie sagt, ganz jeweils. In der Zeit läuft da, wenn es diesem Jungen beim Doktor ist, sagt der Doktor, weißt du was, das holt mich für dich. Wie würden können die andere Jungen sagen, dann koste ich sein. So wie sei er begeistert davon? So eine Frau, und sie sagt, da war ich. Du wirst alles rot gemerkt. Du wirst ein paar Jungen gefangen für sie. Und sie sagt, wie so eine Frau. Diesen Tag, wenn es die Operation wäre, sie können meist nicht wachen, wenn alles immer wäre. Wenn es die Operation immer wäre, der Doktor sagt, er hat alle gut angekommen. Die Jungen haben fein die Körperhafte angenommen. Und ich blöf bloß nach ein paar Tagen die Jungen tot zu haben, da hat Fein alle heult, und er wüsste sie sein können. Dies Tag, wo die Doktor schon wollen, die keiner von der Jungen raufnehmen, das Junge wird da, die Familie wird da, alle werden sie abgerecht worden sein. Sie können mehr nicht warten. Und endlich deuten die Doktor schon die keiner von der Jungen. Sie mögt die Jungen ab. Und dort können sie sein. All diese Sachen, wo sie niemals hier sein, hatten sie wie so froh, dass sie sein können. Menschen, Bäume, alles können sie sein, dass sie wie so sehr, sehr froh. Und dann klinkt sie wieder, stört das Jungen vor ihr, und die sagt, so, wie kannst du sein? Wirst die mit mir befrieren? Die junge Mial kickt den Jungen an. Dann kickt sie nur die andere Person. Dann kickt sie nur den Jungen. Dann mag sie dort, das Jungen kann auch nicht sein. Das ist blind. Das ist ein Stütz hier ganz stahl. Dann sagt sie zu den Jungen, nee, dort kann ich nicht sein. Ich kann nicht sein, und du kannst nicht sein, und ich will noch viele Dinge in dieser Welt sein. Dort schafft nicht, oder ich mit dem Topf dieser Welt, darf ich gut. Du kannst nicht sein. Das Jungen ruhrt, zwei gebräten und hohrt, randet die Sturrüt und verläht. Dann kommt er wieder, hat sie mir einen Bräuf von diesem Jungen, jemand hat ihn geschrieben für den Jungen. Sie merkt ihn ab, und sie fragt ihr den Vierterlesen, und der Bräuf sagt, passt euch ab, nur deine Jungen. Wenn euch das dienen wird, wird er noch meine. Wo schwein, hat sie verjätten, wer hat Goudet gedunt er. Passiert das heute im Leben noch mal? Dass vielleicht Menschen da und so viel Goudet nach uns, Gott hat sie so viel Goudet gedunt zu uns, hat sie ein Sehen geschickt, ans ewige Leben gejäft. Vielleicht beten wir Gott, wenn die dort und dort was tun, wenn die was Heilung geschenkt, zu meinen Mänen, zu meinen Vorrat, zu dort, dann wird die Folgen. Aber so schwer, als wenn sie so schwere, die dir was, haben wir alles verjätten. Psalm 103, Vers 2 sagt, verjät nicht, wie viel Goudet Gott die gedunt hat. Wenn wir Menschen sind, die dankbar sind, und wer die Goudet gedunt hat, und mir Goudet gedunt, wenn wir dankbar sind, und besonders dankbar sind für Gott, dann wo wir in Frauet leben haben, in den Mautget leben, und wo wir in Säuer trüget, miserubeltet leben, wo wir immer bloß denken, und die Dinge, die wir nicht haben. Wenn wir ihnen dankbar sind, wenn Gott und Menschen haben viele Goudet gedunt hat. Macht Gott die Sehne.